Es geht auch mit Ausrüstung, also du kannst auch Ausrüstung verbessern, dass der Knieschoner nicht Energie gibt für Heilung, sondern für was anderes. Alter, klatscht das Feuer rein, was? Der Bus kommt. Der Bus kommt. Komm zu mir. Ja, ich versuche mal hinter den zu gelangen, irgendwie. Der wird ja jetzt wahrscheinlich... Kommt die Treppe runter? Boots. Wow! Wow! Was eben unschaffbar und jetzt ging es besser, war? Ohne Sie hätten wir das nicht geschafft. Danke für Ihre Hilfe. Oh, jetzt kommen die Gegner von draußen. Hier oben ist eine Kiste. 130 Schusser-Magazin, das ist die Größe, die ich wollte. Und her... Schade, dass ich nicht persönlich mit dir reden kann. Boah, ich liebe MG´s noch. So... Wo sagtest du jetzt die Waffenkiste? Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Oben rechts, oben rechts. Also die Treppe rauf, rechts. Oder die rechte Treppe rauf und dann... Ja. Lass den los! Achte! Okay, Agent. Diese Berichte über Rikers-Aktivitäten auf der Lexington stimmen. Ein JTF-Team konnte bestätigen, dass sie dort ihre Basis haben. Ja, kurz danach wurden sie geschnappt. Sie müssen meine Leute rausholen. Diese Verbrecher sind nicht für ihre Zurückhaltung bekannt. Das ist die perfekte Gelegenheit, um die Führungsriege der Rikers zu eliminieren. So. Weiter? Weiter. Dann mach mal die blaue Mission jetzt. Mach es klar. Ja. Ah, den blauen... Ne. Doch. Den blauen Einsatzfreiter, ne? Ja. Hier geht es darum, den Rikers den Kopf abzuhacken. Es gibt niemanden, der LeRae Barrett ersetzen kann. Sie hat die Flucht nach Manhattan organisiert. Sie halten drei meiner Leute fest. Ich wäre ihnen dankbar, wenn sie sie helfen, bevor sie da alles durchgehen lassen. Gut. Holen sie sie zuerst raus, aber gefährden sie nicht die Mission. Wir sind hinter ihnen. Der Ausbruch ist zu Ende. Okay. Das wird jetzt heftig. An die Mission erinner ich mich. Okay. Ach du Scheiße. Ja. Passt schön auf euren Rücken auf. Hier ist alles ziemlich verwinkelt. Ja. Okay. Wir sind Gegner. Wow. Axel, continue. Warum? Feinde nähern sich ihre Position. Warnung. Weitere Feinde unterwegs. Geh rein. Warnung. Es geht los. Mach es nicht. Wir stoppen. Was ist. Warnung. Wir müssen sie nur da rausstellen. Wir haben ihn getroffen. sie sind ein lebens retter ich war schon mal glück und hier oben steht naja das ist ja nach dahin so eine große waffe naja das stimmt ich habe zum beispiel meine md habe ich nur 47 47 davon war ich gut erneut nur ein kleines wirft die axt auf das schwein spiel wie wärs mit 10 punkten wenn du den arm triffst du weißt schon wie für die arm so wie wärs 20 für den kurs anführer in der wildcast machen wir dir jetzt im gar aus ich hoffe hier ist ne munichkiste geil ist da ein black screen fahrstuhl geil laut aufzeichnungen ist dieser bereich sicher die geisel wird auf dem dach festgehalten sie müssen da aufräumen warnung verlassen des sicheren bereichs scheiße es geht los ah verdammt ja da ist ein ziemlich heftiger scharfschütze ja will die landersmeister ich hab dir die kiste hingeschmissen ah du bist ein lebens retter danke jetzt bin ich tot weil ich den typen nicht gesehen habe ich komm zur kiste komm her zu mir komm her ja bin unterwegs warte mal hier ist eine kiste hier ist eine kiste alles mitnehmen alter die ganze waffen die schütze loot haben fünfstelligen schaden au leute die drinnen sind ja gut der da muss aber mit dem noch irgendwas machen ja ich glaub hier kommen jetzt feinde negativ wir machen das suchen sie sich einen richtigen ort und bleiben sie da die das ist eine seeltasse warte feinde näher sich ihre position alter ach nö der läuft euch auf mich zu Nidlindl, bitte helb! Ich bin da! Warnung! Einer geht aus Ihrem Team, braucht sofortige Hilfe! Komm her! Alter! Danke! Nein! Mit einer Kranach! Oh! Oh! Ich hab das mit Ramos gehört, Captain. Schön, dass es geklappt hat. Vielen Dank dafür. Meine Leute gehen für den Sturm in Stellung. Agents, wir müssten uns noch den Wartungszugang öffnen. Die Gebäudepläne weisen eine Sicherheitszentrale unten im Keller aus. Süß, dass der hier mit einer Pistole rumläuft. Ja, extrem hyperintelligent. Anstatt einfach eine von den Waffen aufzuheben, die die anderen droppen. Gerne. Gott, ey. Das ist aber das, was ich in vielen Spielen sehe. Und genauso in vielen Filmen, dass die Leute irgendwie so meinen, Ja, meine Ausrüstung ist viel besser. Wenn da 30 mp ist, rum. Das stimmt. Puppen, ach Gott, ey. Ach, warum Puppen, Alter? Hm, genau darum. Oh, die armen Leute mit den Ixen hier im Kopf, ey. Scheiße. Ach, haben wir sie mit einem Haken aufgenommen, die euch. Oh, nein. 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 Ach, shit. Nein! Ich bin down. Ja, komm zu mir. Okay. Oh, Mann. Das ist heavy. Hier gibt es leider nichts. Gut, dann hier weiter. Soll ich die help to trash? Ja, und da muss ich sogar zustimmen. So weit, so gut. Meine Angriffstrupps sind unterwegs. Sie werden die Halle auf ihr Signal stürmen. Ja. Keine Neustartzone. Ja. Wo die Kiste? Werden wir aber zugeballert, wa? Ja. Ja, das brauchen wir jetzt auch. Ich glaube, da ist die Anführerin, wa? Ja. 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 Doch ihr trätet lieber dem Schöpfer gegenüber. Hier sind jetzt gleich Mörser plus Sniper plus Maschinengewehr bei euch. Zwei Stück. Ja. Ja. Kiste haben wir's. Entdeckt. Und Sniper. Oh. Erster Sniper down? Ja, schon. Ach, das kann doch jetzt so schwer sein. Ein Maschinengewehr boy is down. Ja. Ahh, Scheiß. Da ist noch ein Sniper. Ja, hätte ich schon bald gesehen. Ich bin schon dran. Ah, und der Mörser kommt. Ich bin tot. Ich bin down. Komm ihr zu mir, Lukas. Ich schläft schon. Ich hab' keine Ahnung warum. ja tito was ist denn jetzt keine ahnung hat sich so angefühlt mit boost oder so alter die guckt mich an ich halte die ak in die in die linken nasenloch und die guckt mich nur an und ich sterbe und zu mir nein wieso alter da kommt wieder ein ganzer schwamm gegner ist jetzt ein fluss und wir erzeugen euch! euch alle! oh alter ok Oh man Nice. Ich bin beeindruckt, Agent. Heikle Aufgabe, aber sie haben getan, was getan werden musste. Ja, sie haben ihnen das Rückgrat gebraucht. Ohne anführen, wird der Rest zerfallen. Ich glaube, wir sind noch nicht mit denen fertig. Aber wenigstens können wir diese JTF-Leute wieder darauf ansetzen. Oh ja, meine Leute müssen leben und da draußen für die gute Sache kämpfen. Wir können uns keine weiteren Verluste leisten. Ich schulde ihnen was, Agent. Spitz-Job. Aha, okay. Boah, Alter. Jep. So. Das nächste Safe-House, das wir freischalten müssen, ist das hier hinten. Welches dann? Weiter rechts auf der Karte, das letzte Gebiet. Ja. Markiert. Kann man jetzt hier nochmal schnell rauf. Stopp hier. Ja. Anscheinend hat jemand eine Motivationsrede von dieser Barrett aufgenommen. Ziemlich krasses Material, aber vielleicht hilft es ihm. Ich lade es Ihnen hoch. Ja, das gucke ich mir jetzt als Prinzip nicht an. Also Spaß siehst, unterstütze ich mich. Und da, was guckt es mir an? Ja. Ich war ganz schön auf der Sippe, ja? Okay. Jo. Ich lade es Ihnen. Es gibt nicht mehr viele anständige Menschen. Beziehungsweise ich würde jetzt an der Stelle mal kurz eine Essenspause einlegen. Das sehe ich gerade wir sind gerade bei knapp glatte zwei Stunden. Dann bin ich jetzt kurz mal AFK und esse das mal her. Alles klar Alles klar